Wusstest du, dass die größte Suchmaschine Google ist? Und wusstest du, dass die zweitgrößte Suchmaschine YouTube ist? VideoDoo. Einfach bessere Videos machen. Herzlich willkommen. Mein Name ist Sven Sulik von VideoDoo. Ich möchte dir einmal ganz kurz den Nutzen von YouTube erklären. Und zwar, ich wollte niemals vor der Kamera stehen. Ich hatte da nie Bock drauf. Ich wollte kreativ sein. Ich wollte hinter der Kamera stehen. Ich wollte die Geschichten von anderen erzählen. Das Problem ist, dass es mehr Vertrauen bringt, wenn du dich selber vor die Kamera stellst. Wenn du gerade als CEO bist oder wenn du Gründer bist oder Unternehmer oder keine Ahnung was. Ja, es ist schwierig vor der Kamera zu sein. Ja, es ist anstrengend. Ja, es ist komisch. Man fühlt sich in einer Rolle, ich muss perfekt sein. Ich darf nicht verhaspeln. Keine Irms, keine Irms und keine Ahnung was. Aber das ist scheißegal. Weil das gerade macht dich authentisch. Das macht dich sympathisch. Und wenn du dann vernünftig und sympathisch rüberkommst, dann haben die Leute auch Vertrauen zu dir. Und Vertrauen ist die Basis für jedes Geschäft. Ohne Vertrauen funktioniert gar nichts. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du noch irgendwelche Fragen hast, schreib es gerne unten in die Kommentare. Ich würde mich riesig freuen, was zu lesen, schnell fragen. Möchtest du noch irgendwas sehen, wenn du Bock drauf hast? Ich habe noch ganz coole Podcast-Folgen. Ich habe dort richtig coole Leute interviewt, die Ahnung haben von ihrem Business. Von denen kannst du, glaube ich, auch sehr, sehr viel lernen. Und ja, ich würde mich freuen, von dir zu hören. Schau, bis dann.